Hallo, wir sind Elisabeth Winfelder, Rieke Paulig und Sandra Weiß. Wir sind drei Studenten in der Buchwissenschaft Mainz. Und unsere Session haben wir zum Thema gehalten, Change Management in der Buchhandlung. Zunächst hatten wir einen kurzen Theorieteil zum Thema Change Management und danach haben wir in kleinen Workshops die Erfolgsfaktoren genauer betrachtet. Ja, und es hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir waren auch alle ganz zufrieden. Und das war wirklich ganz interessant, weil man durch diesen theoretischen Hintergrund, dadurch, dass man das Thema kennengelernt hat, auch viele Abläufe aus der eigenen Ausbildungszeit zum Beispiel oder von früheren Arbeitgebern so ein bisschen kennenlernen konnte und verstehen konnte und sehen konnte, ah, da hat es gehakt und hier lief es gut.